Hallo, ich bin der Döttler von Wakenews Radio und Wakenews TV. Eine neue Veröffentlichung von mir, erschienen auf dem Schuldner-Vereinigung.wordpress.com Blog mit dem Titel Krisenanalyse in kurzen Worten Krise. Welche Krise? Nicht unsere Krise. Und da heißt es, dass Krisengeschwafel aus den Mündern der Regierungen, der Banken, der global operierenden Kabal, der dominanten irrsinnigen Minorität, die ich die DIMMS nenne, dass man nicht nur überall, allerorts, rund um die Uhr hört, sondern deren Machenschaften inzwischen weltweit zu spüren sind, fällt nicht nur mir zunehmend schwer zu ertragen. Obwohl viel diskutiert und berichtet wird, ob der Gründe für diese Krise, kann man doch mit einfachen Worten sagen und beschreiben, um was es geht. Die globale Gruppierung, die ich die DIMMS nenne, etwa 5000 bis 6000 Leute, hat nur ihre eigenen Ziele im Auge. Die Umsetzung der NWO oder auch neue Weltordnung, die ihnen die absolute offizielle Macht über alles und alle in die Hand geben würde. Daher tut diese Gruppierung, die das Schuldgeldprinzip nicht nur in Generationen erfunden hat, sondern beherrscht, alles, um diese Ziele umzusetzen. Ihnen gehören die Mehrheiten aller zentral- und sonstigen Banken, die globalen Unternehmen, die Regierungen, die von ihnen eingesetzt und kontrolliert werden, sowie viele andere Dinge, die und beherrschen Drogen, Waffenhandel, Menschenhandel und vieles mehr. Dies wurde kürzlich durch die im Rahmen des aufgeflogenen LIBOR-Skandals deutlich, da unter anderem auch der Schuldgeldsystem Kreislauf durch gewaschene Drogenhandelgelder, Mafia ähnlich, durch alle Banken dieser Kabal gefiltert und gewaschen wurden, aufrechterhalten wird. Also, um welche Krise geht es da eigentlich? Nun, aus Sicht der DIMS sollen jetzt alle Schulden, alle Vermögenswerte, alles, was die Menschen, die nationalen Staaten usw. haben und besitzen, in die Taschen dieser 5000 bis 6000 fließen, egal, ob es die Existenz, das Leben, das Wohlergehen der Menschheit kostet. Daher ist ein Heer williger, freiwillig und unfreiwillig, dabei, diese Pläne im Auftrag durchzuführen. Das Machtinstrument der Blöcke, Ost und West, wurde bekanntlich aufgelöst, um alle Märkte, vor allem die Arbeitsmärkte oder auch genannt Human Resources, Humankapital, von Nationen wie China, Korea, Indien usw. für die globalen Konzerne zu öffnen, dorthin die Lohnarbeit mit Sklavenlöhnen zu vergeben, den Profit zu mehren. Gleichzeitig verlagerte man die Verluste der im Eigentum der DIMS befindlichen Banken auf die Bauern, d.h. die Einwohner aller Nationen, die man gleichfalls via IMF oder IWF, Internationalen Währungsfonds oder Weltbank, in die finanzielle Folter nahm und sie zwang zunehmend in den entwickelten Staaten, zwingt Ausgaben für soziales Renten, Ausbildung etc. zu kürzen und Infrastruktur, sogar Land, zu privatisieren, die dann eben von diesen DIMS für Spottpreise aus selbst erschaffenem Schuldgeld ohne Wert geschaffen aus dem Nichts einheimst. In Europa, der EU, wird diese Krise, in Anführungszeichen, zudem dafür genutzt, die nationalen Mitgliedsländer finanziell, rechtlich und politisch zu entmachten, damit es einen neuen Superstaat gibt, der dann noch leichter und einfacher von dieser dominanten, irrsinnigen Minorität gelenkt und geleitet werden kann, quasi als Zwischenschritt für die neue Weltordnung, die neue Weltdiktatur in der absoluten Hand der Wenigen. Krise? Welche Krise? Nicht unsere Krise. Daher aufwachen, bewusst werden, handeln. Nur solidarisch und gemeinsam kann man diesem wuchernden Mafia-Krebs Einhalt gebieten, so friedlich wie möglich. Die Regierungen sind allesamt mit denen im Bett und haben nur die Aufgabe, uns, euch, Schäfchen, zu kontrollieren, bis das große Scheren abgeschlossen ist. Was dann noch von den Schäfchen übrig sein wird? Was meint ihr, weshalb es Weltkriege gibt? Weil du zum Beispiel in Wanne-Eickel ein Problem mit irgendeinem Iraner irgendwo im persischen Hinterland hast? Denk mal nach. Regierungen haben schon immer mittels falscher Flagge, Attentate, Kriege angezettelt. So viel dazu. Wer profitierte immer von solchen Kriegen? Richtig. Eigentlich niemand. Bis auf diejenigen, die die Kriege finanzierten und die Waffen und so weiter dafür verkauften. Wenn ihr das nicht wollt, dann nehmt jetzt euer Schicksal selbst in die Hand. Es nutzt auch nichts, wieder irgendeinen neuen großen Führer zu suchen und dahinterher zu trotteln, sondern jeder ist verantwortlich für sich selbst. Und jeder muss mit jedem zusammenarbeiten. Dann können wir Schlimmeres vielleicht noch verhindern. Also mitmachen, gemeinsam sind wir stärker. Schaut mal auch auf die Schuldnervereinigung. Ich bin Zedle von Weak News Radio, Weak News TV. Bis demnächst. Weak News Radio. Für alle, die aufwachen wollen, ohne Blatt vor dem Mund, werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungsplätze aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr zur europäische Zeit hereinhören. Mehr unter weaknews.net von 16 bis 18 Uhr